Was soll die Nummer, wo sich Superman das Zellophan-S von der Brust reißt und damit den Bösewicht bewirft? Bereite dich auf dein Ente vor, Superman! Nun! Was war das? Ja, da hast du's, du Arsch! Das ist ziemlich unangenehm gewesen. Ja, das sollte es auch sein. Und jetzt liegst du da. Allerdings. Aua! Damit hast du nicht gerechnet, hä? Nein. Tja, weißt du, da hast du's.